moin leute und herzlich willkommen hier auf meinem kanal daddelbuddy jetzt willkommen youtube mit today we are playing super mario party für den nintendo switchi witchi witchi und leute gefällt daumen hoch lasst ein abo da und dann sind wir hier alle safe weil dann läuft der lachs auch wir machen uns hier mal weg und gehen heute rein in ein neues mini spiel mal sehen was uns erwartet ich bin voller vorfreude kann nur sagen leute und wir hatten ja wir haben heute bissiger buxierer das ist schon wieder so ein teamplay game dann spiele ich wie immer erst einmal alleine ich lege schon mal sicherheitsgurt an ich habe ein bisschen angst ach ich bin der hund das verteidige team gewinnt auch wenn nur ein team nicht nicht erwischt wurde ok hätten und ausrichten ah ja und vollgas los geht's also wir spielen gegen super mario diddy kong und rosalina alle auch sehr stark ausgewählt leute dass ihr bescheid wisst und wir gucken mal wie das wie die kontrahenten sich hier verhalten da ist schon speziell ich krieg sie nicht das ist nicht einfach also ich gebe alles das spiel ist aber auch schwer also das ist da ich mich auch in dem in dem moment hätte ich jetzt auch nicht erwischt garantiert nicht ist ein schwieriges game das ist schon sehr viel glück aber egal jetzt schlagen uns auf die andere seite mal gucken wie die kai sich so schlägt wir machen das ganze noch mal ich wechsel das team und wir spielen wieder gegen super mario vollgas so super mario darf das vieh reiten ich weiß gar nicht wie der heißt kannonhund aber guckt euch das mal an also wenn du weit genug weg bist hast du eigentlich einen guten stich weil der ist so träge der muss das ding erstmal rumlenken und das schleudert ja die kugel mehr durch die gegend als alles andere dann ist schon also hier zu verlieren ist schon mit sehr viel pech verbunden wollte ich gerade sagen ja keine chance nicht ein einziges einmal wurde ich fast erwischt weil ich in den rein gerannt werde aber zerstört läuft der lachs lerp leute mal wieder ein paar party punkte hier an start ups bibibabs bissiger buxierer leute ich danke euch fürs zuschauen daumen hoch wenn es euch gefallen hat bis zum nächsten mal euer Daddlbari machts gut Das war's für heute.